Und ich grüße euch zu einem weiteren New-Bio-Part. Bevor wir anfangen, habe ich was vergessen und zwar wollte ich noch die Blitzeinschlag-Karte in mein Deck tun. Die haben wir uns vor zwei Parts gekauft, hier ist sie. Ab ins Deck. So, jetzt muss ich irgendeine Karte entfernen, damit wir die 40 Karten wieder als eine perfekte Balance wieder an unserem Deck haben. Welche Karte kann ich denn dafür rausnehmen? Ich gehe es mal grob durch. Diese Karte ist eigentlich nicht so sinnvoll, muss ich zugeben, allerdings kann die doch bei manchen Situationen sinnvoll sein. Aber wir haben ja auch noch diese Karte hier, aber Feinkontrolle ist eigentlich glaube ich auch eine etwas nützlosere Karte, denn wir haben ja die hier auch noch. Ich hau die jetzt mal raus. Das haben wir Zauber gegen Zauber ausgetauscht, das ist auch ganz okay. Okay, im ersten Part sind wir hier angekommen in dieser komischen Tripstadt, LSD-Tripstadt. Und jetzt duellieren wir uns mit einem Typen. Ich weiß nicht, was für ein Typ das ist. Früher hatte ich es wirklich drauf, du brauchst es mir also nicht leicht zu machen, okay. Endlich mal wieder ein Duell. Habe ich dringend nötig wieder. Nach diesem ganzen Rätsel in den letzten zwei Parts. Boah. Also gut, ich nehme Papier. Und ich gewinne. Allerdings lasse ich ihn zuerst anfangen. Alles klar, jetzt seht ihr auch das Spielfeld in einer größeren Position. Und ihr könnt euch jetzt die Kartennamen hier links durchlesen und auch deren Effekte. Magische Tiradelle von Endymion. Jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, lege eine Zauberzellmarke auf diese Karte. Wenn eine Karte mit Zauberzellmarke zerstört wird, lege ihre Zauberzellmarken auf diese Karte einmal pro Spiel zurück, falls du den Effekt einer Karte aktivieren würdest. Indem du Zauberzellmarken von Karten entfernst, die du kontrollierst, kannst du stattdessen Zauberzellmarken von dieser Karte entfernen. Falls diese Karte zerstört werden würde, kannst du stattdessen eine Zauberzellmarke von dieser Karte entfernen. Alles klar, sein Deck spielt anscheinend auf Zauberzellmarken, wenn er so eine Karte um sein Deck hat. Und das war der Klang der magischen Zitadelle. Jetzt sind wir an der Reihe. Wir haben Makro-Hosmos gezogen, okay. Und wir haben Seelentausch auch noch. Das heißt, ich könnte jetzt Seelentausch benutzen, um den hier zu spielen. Dann könnte ich auch noch gleichzeitig seine Verdeckte zerstören. Ich glaube, das mache ich auch. Leider kann ich in diesem Zug, in dem ich Seelentausch nicht spiele, angreifen. Aber wir haben schon eine gute Position jetzt schon am Anfang. Ja, er kriegt eine Zauberzellmarke auf seine magische Zitadelle, weil wir eine Zauberkarte benutzt haben. Das ist immer so, wenn man eine Zauberkarte spielt, dann wird irgendwo eine Zauberzellmarke gesetzt. Jetzt aufhören wir seinen Monster und spielen. Grand Mark. Oh, und er zahlt die Hälfte seiner Lebenspunkte, nur um einen Monster zu zerstören. Na gut, wenn er es braucht. Der wäre jetzt viel kostengünstiger davon gekommen, wenn er einfach den direkten Angriff durchgelassen hätte. Was habe ich eigentlich für einen Monster geopfert? Feng Shui, Meister der Eisbarriere. Oh, diese Eisbarriere-Monster sind gemein. Die haben meistens die Effekte, dass die die Angriffe auf ein anderes Monster umleiten können. Und man muss dann in dem Fall, um das Monster zu zerstören, wird das dann, also wird angenommen, ich greife jetzt an, dann kann er mit seinem Eisbarriere-Monster, ja, da kann das Monster nicht von einem anderen Monster angegriffen werden, wenn man ein anderes Monster auf dem Feld hat, was auch den Namen Eisbarriere hat. Und das andere Monster hat meistens auch wieder denselben Effekt. Und das heißt, ja, die tun sich dann gegenseitig immer wieder aufheben, die Angriffe, und dann kann keiner angreifen. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was ich meine. Deswegen war das eine fiese Karte. Ich biete jetzt eine Landformel und ruht sich eine zweite auf die Hand. Naja, gut, wenn er es braucht. Und er kriegt zwei Zähmarken auf diese Karte und eine auf seine Zisadelle. Alle Karten werden ja entfernt, weil ich Mako Kopf nicht gespielt habe. Jetzt kriegen wir einen direkten Angriff. Halb so schlimm, denn er hat deutlich mehr Lebenspunkte verloren wegen seiner Falle. Gut, jetzt bin ich dran. Verbandete Strahlen haben wir gezogen. 1600 Angriff. Wie viel hat sein Monster? 1700. Ja, das ist deutlich höher. Ich spiele jetzt hier die Speerflugzeug aus dem Grund, weil mein Monster wieder zurückkommen wird und ich dann Kallius im nächsten Zug spielen kann als Tolutbeschwörung und dann kann ich den Effekt benutzen, um seine Zähadelle oder sein Monster zu entfernen. Und dann haben wir eine ganz gute Position auf dem Fels. Okay. Jetzt an der Reihe. Ein Verteidiger. Eine der nervigsten Karten, die es gibt. Denn dieses Monster kriegt eine Zauberzellmarke. Und wenn dieses Monster zerstört werden würde, kann er eine Zauberzellmarke entfernen und das Monster bleibt auf dem Feld. Ich glaube, ich werde mit Kallius dieses Monster entfernen. Dann werde ich einfach mit einem Angriff das Monster dann zerstören. Jetzt kriegen wir leider einen weiteren direkten Angriff. Macht allerdings nichts, denn im nächsten Zug kriegen wir Kallius aufs Feld. Ja, jetzt sind die Lebenspunkte wieder angeglichen. Aber jetzt wird sich das Ganze wieder zu unserem Gunsten wenden. Jetzt werde ich Kallius als Tribut-Beschwörung spielen. Und ich habe noch Reißen als Tribut. Ach, schön. Fehlt mir das Wieses ein. Ich könnte jetzt darauf hoffen, dass er ein weiteres Monster spielt und wenn er dieses Monster spielt, Reißen als Tribut benutzen. Wenn das allerdings nicht klappt, dann kriege ich einen weiteren direkten Angriff, weil dann mein Monster wieder zerstören wird und mich mit einem anderen direkt angreifen wird. Auf diese Art kann ich glaube ich auch den Effekt von dem hier umgehen. Zauberzellmarke? Äh, vielleicht auch nicht. Ähm. Na komm, ich glaube ich mache es auf die andere Methode. Die können wir uns auch aufheben, falls irgendwas Unerwartetes kommen sollte. Gut, jetzt aktiviert der Effekt. Sein Monster wird ja nichts zerstört, sondern es wird einfach nur aus dem Spiegel genommen, also ein Platzwechsel quasi. Und jetzt zerstöre ich sein Magier mit einem Angriff unseres Kalliuses. Es gibt ihm 700 Damage, reduziert seine Lebenspunkte auf 3300. Er kriegt wieder, ja er kriegt die Zähmarken, die sein Monster hatte, also in dem Fall waren es jetzt zwei. Und ich setze jetzt eine verdeckte Falle. Die heißen das Rebootkarte. Ach ja, wir kriegen ja unser Speerflugzeug wieder aufs Feld, genau. Das kann ihn angreifen, theoretisch. Aber dann zerstören wir wieder sein Monster. Und er kriegt auch wieder Kampfschaden wiederum. Aber er macht es nicht, sondern er legt Wert auf Verteidigen. Okay. schrumpfen. Eine nützliche Zauberkarte. Man spielt wieder einen kleinen Hänger. Okay, ich spiele jetzt die, die Kriegerin. wie viele Angriffspunkte haben denn beide Monster? Das wären 3200 zusammen, wie die zwei zusammengerechnet. Mit dem kann ich es jetzt entfernen, dann hätte er noch 100 Punkte übrig. Oh, ich könnte mit Kaios den zerstören und dann mit den zwei und dann im nächsten Zug auch wieder mit den zwei angreifen. Na, ich werde sowieso nicht alles in diesem Zug gleich schaffen, sondern ja, ich muss einfach mal mit dem und dem angreifen. Äh, Quatsch. Ich greife jetzt einfach mit Kaios und mit die zwei dann an. Wie wir das jetzt eigentlich machen, ist ja eigentlich wurscht, denn wir müssen ihn sowieso zweimal angreifen. Okay, hätte ich ihn mit dem die Speerflugzeug angegriffen, hätten wir gewonnen. Aber mit 800 Punkten greift man in der Regel nicht so häufig an. Okay, dann die Angriff. Zack. Ah, da staunst du, was? Haha. Und jetzt hat das die Speerflugzeug direkt, ich weiß, sollte man nicht tun, habe ich gerade eben gesagt. Aber direkt angreifen kann man eigentlich immer mit einem schwächeren Monster. Außer natürlich, man ist kurz davor, das Duell zu verlieren und hat nur noch 100 Punkte, so wie vor zwei Parts gegen Jack. Dann sollte man das nicht machen. Was, dein Monster kommt zurück? Falls du einen Wunderflipper kontrollierst, kannst du diese Karte nicht beschwören. Dein Gegner kann keinen anderen Monster als Ziel eines Angriffs wählen. Falls diese Karte durch Kampf zerstört wird, beschwöre sie am Ende am Ende der Wettelfase als Spezialbeschwörung auf deiner Spielfeldseite des Gegners. Hey, danke. Falls diese Karte durch den Effekt einer Zauber- oder Fallenkarte zerstört wird, zerstöre ein Monster, dass dein Gegner kontrolliert. Okay, wir kriegen jetzt das Monster von ihm. Vielen Dank. Es haben wir schon vier Monster auf unserer Spielfeldseite. Nein, ich aktiviere doch jetzt nicht die Reißer in der Tribut. Bist du verrückt? Es würde einfach alle Monster von mir zerstören. Warum sollte ich das wollen? Aufschlagen. Zerstört das eine offene Monster, mit der das in Gegner konzentriert, dass die höchste DEV hat. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war's mit der höchsten DEV. Ist nicht Kaios. Kaios hat nur eine DEV von 1000. Die Spielflückzeuge hat eine DEV von 1200 und die, die Kriegerin hat, glaube ich, 1400 DEV, also wird, glaube ich, jetzt die hier zerstört. Ah, 1600 sogar. Okay. Und er hat wieder eine Zauberkarte gespielt, das heißt, eine Zählmarke für ihn. Er hat noch zwei Karten übrig. Mit so wenig Material kann man wenig machen. Genau, jetzt brauche ich ihn einfach nur direkt eingreifen und das Duell ist beendet. Also Kaios, beende es! Okay, wir haben ihn souverän besiegt. War ja auch nicht so schwer. Kriegen wir vielleicht einen neuen Bonus? Ich glaube es nicht, denn wir haben ja schon, ähm, ja, wir haben ja nichts Neues gemacht eigentlich. Und so ist es auch. Wir haben keinen neuen Bonus bekommen. Du warst nie übel. Jetzt kann ich dich begleiten, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Und das nur, weil meine Magie so einzigartig ist. Dafür gebe ich dir Bestnoten und diese Belohnung. Ich hoffe, du magst sie. Was gibst du mir jetzt für eine Karte? Spiegelkraft! Spiegelkraft! Magisch Hammer! Nicht gerade das Gelbe von Mai, aber gut, besser als nichts. Da wir nun wissen, dass dein Deck in Ordnung ist, sollten wir uns auf den Weg machen. Wohin nur gehen? Na, zu Zermanns Schloss natürlich. Oh, vielleicht hätte ich das erwähnen sollen. Habe ich dir nicht von einer Weile um einen Gefallen gebeten? Ach, wirklich? Habe ich wohl vergessen? Alt werden ist kein Spaß, sage ich dir. Dann frage ich wohl besser. Bitte hilf mir von der Rettung von Luna. Äh, das ist alles. Was verstehst du daran nicht? Ach, wie das blöde Quatsch. Ich mag diesen Charakter gar nicht. Ähm. Oh, na gut. Dann fange ich von vorne an. Hm, es gibt neben dir noch einen anderen Menschen in dieser Welt. Und der besitzt den Schlüssel zur Befreiung, der von Zermann versiegelten antiken Feendrachens. Äh, eigentlich ist sie ein Kind namens Luna. Sie hat mich benutzt und wurde von Zemanns Bande gefangen. Ich will sie retten, um meine Schuld bei ihr zu begleiten. Natürlich will ich sie auch in der Welt der Geister helfen. Ich will sie beide retten. Ich glaube jedoch nicht, dass ich sie alleine retten kann. Also brauche ich deine Hilfe. Luna wird im Zermannschloss festgehalten. Das liegt im Norden der Stadt. Hilfst du mir bitte? Wenn ich das ganz alleine hingehe, werde ich bestimmt gefasst. Und dann werde ich Luna blablabla. Blablabla. Möglich? Du hältst mir also. Blablabla. Okay. Also irgendwas von Zemanns Schloss und Befreiung von Luna. Gut. Und warum texte uns so zu? Egal. Muss ich nicht verstehen. Gut, also im Norden der Stadt. Norden ist natürlich hier. Halt, warte, warte. Bevor ich da irgendwas mache. Speichern. Ich will nicht nochmal gegen diesen Typen da duellieren und mich nicht nochmal volltexten lassen. Hä? Ich habe einen Stadt gefunden. Ich werde ihn benutzen, um das Haus da zu sprengen. Nein. Geht leider nicht. Ah ja, perfekt. Speicherpunkt. So was machen auch Terroristen immer. Die sprengen die Häuser immer mit solchen Minusstäben. Deswegen denkt man auch so negativ über die Terroristen. Weil die Minusstäbe benutzen. Genau. So, hier ist das Schloss, glaube ich. Oh Gott, wie weit müssen wir denn noch laufen? So viel Gelaufe hier. Unglaublich. Hey Leute, ich würde hier gerne übernachten für eine Nacht. Ist das doch ein Hotel, oder? Wer bist du? Na, das hier. Thema Schloss. Ja. Ähm, okay, das ist der Türsteher. Er lässt uns nicht rein, außer wir besiegen ihn in einem Duell. Du dumm, unnütz. Okay, ne, das ist auch bei Diskotheken so, bevor man in die Disco muss, äh, kann, muss man sich zuerst immer mit einem verdammten Affen duellieren. Oh, komm, warum will er immer als Erster? Warum wollen die Computer immer als Erster anfangen? Als ob das irgendeinen Vorteil bringt. Es ist egal, wer als Erster anfängt. Die Vorteile sind bei, ähm, beiden gleich. So, nehmen wir uns gegen einen verdammten Affen. Können wir den nicht einfach am Schwanz packen und die Klippe darunter schmeißen und sagen, leck mich, ich will nicht. Ach, blödes Spiel. Na, nein, da kommt ja Peter, genau, und begießt mich mit so, äh, Blut von so Kühen. Wie bei Sauspark. Okay, wir haben Mako Kosmos und die hier. Damit können wir eine gute Kombination machen. Denn immer wenn eine Karte entfernt wird, kriegen wir 500 Lebenspunkte und Mako Kosmos erlaubt es uns, jede Karte zu entfernen, die auf dem Friedhof landet. Das heißt, wir werden unsere Lebenspunkte mit Seelen, Erlöser oder Seelenübernahme, wie heißt die Karte? Seelenübernahme? Ähm, sehr krass erhöhen. Ein rasender Gorilla. Ein Affe. Oder ne, ein Gorilla ist kein Affe, oder? Ist schon. Ein Affe ist passend zu einem Affen. Er macht sich hier zum Affen. Halt, nein, warte, ich hab vergessen, meine Falle zu meinen, ich hab vergessen, auch Mako Kosmos zu benutzen. Fahrradams. Jetzt hab ich 1500 Punkte einfach so nicht einkassiert. Denn jetzt sind die Karten auf den Friedhöfen gelandet. Und um die Lebenspunkte zu bekommen, müssen wir die Karten aus den Spielen entfernen. Na gut, dann spiele ich Kaios Reiter Gustav. Dieses Monster hat den Effekt, dass wir zwei Zauberkarten von unserem Friedhöfen aus dem Spiel entfernen können. Und dieses Monster erhält, bis wir wieder dran sind, 300 ATK für jede Zauberkarte, die entfernt wird. das Problem ist, wir haben aber momentan noch keine Zauberkarte auf unserem Friedhof, das heißt, wir können auch momentan den Effekt nicht benutzen. Aber wir können ihn immer noch direkt angreifen. Okay, ich glaube, ich setze auch noch Schrumpfen verdeckt, denn sein Deck hat viele starke 2000er-Monster, hier sieht man es ja auch, Grausner Guerrilla, 2000 Angriffspunkte. Deswegen setze ich jetzt noch meine Schrumpfen-Schnellzauberkarte verdeckt. So, jetzt bin ich gespannt, was dieser Affen jetzt macht. Aha, wieder ein starkes Monster mit hohen Angriffskraft. Ah ja, das Monster geht durch die Verteidigung, okay. Jetzt greift er uns damit an, jetzt aktiviere ich natürlich meine Schrumpfen-Karte, jetzt werden zwei Karten entfernt, einmal diese hier und einmal sein Monster. Und wir kriegen 1000 Lebenspunkte. das ist das erste Mal, dass wir Punkte bekommen, aber sein Monster wird jetzt auch noch im Kampf zerstört. Ach komm, der hat auch eine Schrumpfen-Karte, wie gemein. Okay, das ist gemein von ihm. Ja, halt wir, das ist unsere Punkte auch, aber immerhin kriegen wir auch noch Lebenspunkte. Oh man, das ist echt gemein. Und hier sehen wir verpackte Zahlen. Na super, sein Monster hat 150 Punkte mehr. Verdammt. Jetzt läuft es nicht mehr so gut, das freue ich mindestens. Oh, sehr gut. Auf so einen Monster habe ich gehofft, es könnte ich theoretisch Blitzeinschlag benutzen, dass man sie abschmeißen, dann kommt es wieder zurück in die Angriffsposition und wir kriegen 1500 Punkte. Allerdings habe ich dann wenig Karten da noch auf meiner Hand und das könnte sich negativ auf uns auswirken. Deswegen spiele ich ihn erstmal in die Verteidigungsposition und die hebe ich mir vielleicht auf, wenn er mehrere Karten auf dem Feld hat. Denn wieder sein Schlag nur für eine Karte zu benutzen ist Verschwendung. Okay, flinker Momonga. Jetzt würde er uns einmal direkt eingreifen, wahrscheinlich mit dem Momonga. Aber wir haben als Ausgleich, dass wir immer wieder Lebenspunkte bekommen, wenn eine Karte vom Feld entfernt wird. Nachher sein Monster geht ja durch die Verteidigungspunkte unseres Monsters, genau. Habe ich auch vergessen. Naja, egal. Das gleicht sich jetzt wieder aus. Und jetzt ein Angriff seines Momongas. Nicht zu wechseln mit Mormonen. Flinker Mormone. Unser TG-Sperrflugzeug kommt wieder aus Fels. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich meine Blitzeinschlagskarte benutze. Ich bin aber überlegen. Ne, muss ich eigentlich nicht. Ich kann denen als Tribut anbieten, die Karte entfernen. Oder auch diese Karte, ist mir egal. Ja, die ist eigentlich besser und dann das hier zerstören. Ja, das mache ich. Dann spare ich mir eine Karte und ich kriege 500 Punkte wieder, weil die Karte wieder entfernt wurde. Jetzt seht ihr langsam die Kombi meines Decks. Ganz nice ist natürlich auch, wenn man Seelenübernahme mit Gesicht des Todes kombiniert. Dann kriegt man nämlich 5 mal 500 Punkte, also 2500 Punkte. Plus Gesicht des Todes auch noch, also 3000 Punkte, wenn Gesicht des Todes entfernt wird. Und jetzt zerstöre ich seinen flinken Momonga und wir kriegen weitere Punkte, da sein flinker Momonga auch noch entfernt wird. Und Endphase. Jetzt sind wir deutlich im Vorteil, wir kriegen unser Ledisperr-Fugzeug zurück. Das können wir wieder als Mittel für eine Tributbeschwörung benutzen. Und er spielt seinen Kampfboxen wieder in die Angriffsposition. Das ist ein zweiter. Jetzt würde wahrscheinlich unser Td-Spieler-Fugzeug zerstören. Wir kriegen zwar wieder ein bisschen Schaden, aber das gleicht sich ja wieder aus, denn das Monster wird ja wieder aus dem Spiel genommen. Das heißt, wir kriegen jetzt insgesamt nur 400 Schaden. Wir haben jetzt 900 Punkte Schaden bekommen, aber jetzt kriegen wir wieder 500 dazu, also haben wir jetzt eigentlich nur noch 400 Punkte Schaden bekommen. Und außerdem kommt unser Monster wieder zurück. Und jetzt hat der Monster in die Angriffsposition gespielt, was ein leichtes Ziel für mein Kallus ist und er kriegt dann auch noch Kampfschaden. Oh, ich muss ihn nicht mit Kallus zerstören, sondern ich mache es einfach mit den, die die Überlebenden. jetzt kann ich eigentlich schon rechnen. 1800 plus 800 sind 26, 26 plus 24 sind 5000. Er hätte noch 200 übrig, wenn ich jetzt die hier noch benutzen würde. Ähm, ja, aber ich mache es jetzt einfach mal so und greife ihn einfach so an mit den Monstern. und zerstöre sein Monster nicht mit der Pizzeinschlagskarte. Wir kriegen wieder 500 Punkte, da sein Monster entfernt wurde und wieder zweimal direkt angreifen. Okay, das haben wir auch schon ziemlich klar gewonnen, glaube ich. aber er hat 5 Karten. Aus 5 Karten kann man eine Menge rausspielen. Okay, er legt jetzt Wert auf verteidigen, setzt keine Monster mehr in die Anrufsposition, was auch verständlich ist. Der mit 1900 Punkten da noch Kampfschaden zu erleiden ist riskant. Ja, okay, wir haben gewonnen. Jetzt muss ich einfach nur diese Karte hier spielen und wir können sein verletztes Monster entfernen und wir kriegen 1000 Punkte. Da hat zwei Karten aus dem Spiel entfernt wurden. Ach, das ist dieser Kai-Fumi-Panda oder wie diese Karte auch heißt. Jetzt kriegen wir die 1000 Lebenspunkte. haben wir haben Und wir haben sogar 10.950 Lebenspunkte noch am Ende übrig gehabt. Das war der klasse Sieg bis jetzt in diesem LP. Du Mut haben, du gehst. Ne, du gehst. Hey, warte, ich komme auch. Ach, du hältst dich einfach zurück, während er mich verlieren lässt, ey. Unglaub dich, ich hasse dich, ich hasse dich, du verdammter. Möchte gern ein schwarzer Magier von schwarzer Magier-Stan. Wow, du hast einen von Zermas Schergen geschlagen, du bist echt gut. Luna muss irgendwo in diesem Schloss sein, teilen wir uns auf und suchen nach ihr. Keine Sorge, ich bin Zer, als ich aussehe. Ich bin ein versierter Zauberer, bla bla bla, wie ein unnötiges Gefahr über seine scheiß Vergangenheit. Jetzt gibt es uns wieder was, okay. Er gibt mir einen Stab, super. Du hast Thorunkas Stab bekommen. Dieser Stab ist mit der restlichen Magie geladen, die mir noch zur Verfügung stand. Er verfügt über eine ähnliche Kraft wie die des Minus-Stabs, den der Feind verwendet. Bei dem momentanen Zustand meiner Magie können wir vermutlich nicht viel erwarten. Aber er sollte immer noch helfen, verliere ihn besser nicht. Alles klar, lasst uns mit der Suche beginnen. Lasst uns mit der Suche beginnen. Ich stand da gerade wieder, ein grammatikalischer Fehler. Huch, meine Maus sieht irgendwie anders aus. Die war doch immer schwarz. Warum ist die jetzt wieder weiß? Fällt mir jetzt gerade so auf. Egal. Übrigens, wie heißt du eigentlich? So fragt ihr mich erst jetzt nochmal den Namen. Janka, das ist ein interessanter Name. Mutige Abenteurer, Janka, lasst uns mit der Suche beginnen. Verdammt, ich muss meine Maus wieder schwarz machen. Schwarz ist besser als weiß. Alter Mann, laut Kopfauer. Mehr Freunde drinnen machen euch Schmerzen. Soll ich das etwa aufhalten? Komm, möchtet ihr gerne Türsteher? Hau ab. Gut, ich suche nach einem Speicherpunkt der Zahl. Sieht ja schon ziemlich mysteriös aus, das Ganze. Es gibt viele Wächter hier. Du solltest woanders suchen. Ja, ich suche erst nach einem Speicherpunkt. Welche vielleicht? Speicherpunkt. Wo bist du? Ich suche nicht nach Luna, sondern einem Speicherpunkt. Speicherpunkt. Bist du hier drin irgendwo? Ich gehe mal hier nach oben. Vielleicht ist der Speicherpunkt dort. Speicherpunkt. Aha. Nix, 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 nix. Nix, 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 nix. Erst Speicherpunkt, dann Scheißrätsel. So, Speicherpunkt, bist du hier drin? Ich benutze Torunkels Stab, um den Speicherpunkt zu befreien. Ah, da ist der Speicherpunkt. Oh, ich habe ihn gefunden. Und irgend so ein Scheißmädchen. Du bist ein Mensch, oder? Bist du hier, um mich zu retten? Dann habe ich, äh, da haben dich meine Worte erreicht. Vielen Dank. Ich bin Luna. Wie lautet dein Name? Vielen Dank, Yanka. Ach ja, mir war ein Zauberer, na, mit mir war ein Zauberer namens Torunkel. Weißt du, ob es ihm gut geht? Nehm, rein, ne, da ging Pfoten von mir. Weißt du nicht, wer ich bin? Ben, du würdest dich nicht mit mir anlegen, wenn du wüsstest, wie mächtig ich bin. Dann ging es ihm also vor kurzem noch gut. Yanka, vergiss mich einfach. Schwinde von hier. Oh, nein, obwohl. Komm, hilf mir. Ja, was jetzt? Entscheide dich, Mensch. Oh, du warst mit ihm unterwegs. Es ist schon anstrengend, oder? Er ist schon anstrengend. Ja, das ist er. Tür öffnen. Warum? Wartet, lasst mich zuerst speichern. Dann duelle ich mich mit euch. Ähm, ich wurde gefangen. You don't say. Yanka, wie kannst du nur so kaltherzig sein? Es ist so kalt. Wer bist du? Oder wer du? Wer du? Du lernen Grammatik bei Yoda. Genau, der Anführer von den Affen ist Yoda. Oh. Luna, Yanka. Nein, dringende, keine kommen. Ja, wartet zuerst. Ich muss erst speichern. Danach, äh, kriegst du von mir auf die Fresse. So, ähm, Datenbunden gespeichert. Und im nächsten Part duellen wir uns gegen diesen Affen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, macht's gut. Euch nur einen schönen Tag. Euer Anke. Ciao.